Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Es ist aber noch nicht vorbei. Um 12 Uhr vor dem Bundestag auf dem Platz der Republik wird es eine weitere Kundgebung geben. Alle Personen, die ein T-Shirt haben und Schilder haben und nicht mit zum Platz der Republik fahren, können die hier vor dem Lauti abgeben. Ansonsten sind die Verkehrsverbindungen, kann ich euch gerne durchgeben. Mit der U8 steigt ihr am besten in die U-Bahn. In die U8 Richtung Wittenau steigt Alex aus, am Alexanderplatz aus, steigt dann in den TXL in Richtung Tegel oder in den 100er Bus Richtung Kudamm. Und dann sehen wir uns dort alle. Es ist keine Demonstration, die da hinführt, sondern eine weitere Kundgebung und wir freuen uns, wenn ganz viele Personen mitkommen.